Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Ich hatte eine Einladung, ich hatte nichts Passendes anzuziehen und nicht einmal 50 Mark für eine Fliege. Das Einzige, was mich jetzt noch retten konnte, war ein Neger. Hey, du Neger. Hä? Ähm, du Neger. Hä? Ähm, Neger. Ähm, schwarzer Kopf, schwarzer Bauch, schwarze Füße. Schwarze Füße? Ja, schwarze Füße. Pass auf, ich zeig's dir. Da. Ah, schwarze Füße. Ja. Du Neger. Ach, tschüss. Nein, aber mal ganz im Ernst, hast du Lust, da schnell mal 50 Mark zwischendurch zu verdienen? Ich hab da einen traumhaften Plan. Wir beide sind doch ein tolles Team. Pass auf, wenn du zum Beispiel... Ja, ich... Ah, übermorgen ist Stichtag. Ab übermorgen ist bei uns der Sklavenhandel verboten. Wussten Sie das nicht? Nein. Ach, dann haben Sie auch keinen Sklaven? Nein. Nein, woher denn? Aus dem Erzeugerland. Dann kämen allerdings für Sie die Transportkosten dazu, plus Zoll, plus Versicherung. Nein, danke, das kommt für uns nicht in Frage. Ich bin ja hier im Haus beschäftigt und tagsüber ist mein Mann im Ministerium. Naja, da gibt es ja Gottlob noch den Zwischenhandel. Das ist denn weitaus günstiger für Sie. Das ist dann günstiger für mich? Ja, Frau. Ich mach Ihnen mal ein Angebot, gnädige Frau. Was, er habe gerufen? Das ist er. Bimbo. Was soll er denn kosten? Gnädige Frau, darüber reden wir später. Ich lasse Ihnen Bimbo erstmal zur Ansicht hier. Bimbo, das ist deine neue Herrin. Mach mir keine Schande. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Meister. Ach, bitte, wenn Sie näher treten wollen, Herr, Herr Bimbo. Danke, Missis. Möchten Sie ablehnen? Oh, das lohnt nicht. Na, dann kommen Sie doch bitte weiter. Ja, was machen wir denn jetzt? Sie müssen nämlich wissen, wir hatten noch nie einen Sklaven. Ein bisschen ungewohnt ist es ja doch. Aber kann ich Ihnen vielleicht einen Kaffee anbieten? Danke, Missis. Wie trinken Sie denn als Sklave so Ihren Kaffee? Schwarz? Naja, natürlich. Hätte ich mehr denken können. Guten Tag. Guten Tag. Hatten Sie Sklaven? Ja, äh, Ihnen hier. Aber der Sklavenhandel ist noch bis übermorgen erlaubt. Das ist richtig. Aber er ist doch angemeldete Sklave, oder? Ich weiß nicht. Sind Sie angemeldet, Herr Bimbo? Mich nix angemeldet, Missis. Ach, du meine Güte. Was machen wir denn jetzt? Kein Problem, dann melden wir Ihnen gleich hier an. Dazu bin ich ja da. Zahlen Sie gleich die Jahressumme 1000 D-Mark. Was? Na, so viel habe ich doch gar nicht da. Ich bin heute noch gar nicht zur Bank gekommen. Ähm, wie viel haben Sie denn da? Moment. 100 Mark. Ja, das reicht. Das nehme ich als Anzahlung. Ich bin ja kein Unmensch. Ja, geht denn das? Und der Rest? Den zahlen Sie später. Und den Herrn Bimbo nehme ich mit als Sicherheit. Oh, das ist aber nett von Ihnen. Herr Bimbo, wollen Sie nicht erst Ihren Kaffee austrinken? Das muss gehen, Missis. Das muss gehen. Auf Wiedersehen. Bis bald, ja? Na, na 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 na